Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Serious Sam Second Encounter. Wir sind immer noch im Korreter des Todes. Es kommt noch mehr Nachschub hier. Ein Problem. Dafür haben wir doch hier ein Zeug. So. 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 Das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Soll ich mich nicht mehr verletzen, was ich nicht mehr verletzen kann. Ja, so eine Runde zurückziehen ist nicht schlecht, sehe ich gerade. Die hat sehr gelungen. Und andererseits gibt es ja noch ein bisschen die Möglichkeit sich überhaupt zu verspüren. Aber ich habe mich auch nicht verletzt. Das ist so leichter, dass du gerade mal den Gönn meinen. Gibt ihr noch gewartet? Ne. Na dann. Ja, noch ne Runde. Munition? Gerne. Dann, ah ja genau. Zack. Ne extra Teleporter. Warte mal, war hier noch mal irgendein an dem Fenster? Ne ne. Gut, nehmen wir den Teleporter erstmal mit. Oh. Sehr schick. Oh, nein. Gut, da macht es natürlich Sinn. Moment. Autsch, gleich wieder da. Cool, cool, cool. So, ja. Und die Rüstung, das reicht aber nicht mal voll. Naja, besser als nichts. War es das, glaube ich? Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Ausgang zum Beispiel. Ja, da muss man nicht mehr raus. Okay, gut, aber ja. Danke für die Munition. Und, ähm, Ausrüstung. Oh, da oben ist auch noch was. Ne. Noch nicht, bitte. Nein, wir probieren ja. Ja. Okay. Sollte nicht hier jetzt irgendwas sein? Hey, muss ich mich grad mal umschauen. Oh, das ist ja hier. Ja, das kann ich mich behauen. So, das war's mit euch. Speichert. So, dann erfährt nur noch ein Sieg. Tatsächlich. Cool, cool. Okay. Sehr Videocamenspiel. Also Videocamenspiel. Genau. Genau. Ich möchte das gerne mitnehmen. Hallo. Freut mich. Ich möchte das gerne mitnehmen. 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 Aber jetzt. Ich möchte das gerne mitnehmen. 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 Oh, das hat böse gesessen. also rüstung ist auch noch So. Danke. Na gut, da ist egal was wir davon nehmen. So. Hm, ist mir das grad wert? Die sind ja glaub ich auch nur 25, ne? Die kleinen hier. Ja, ok, ne, dann. Gehen wir dafür jetzt nicht nochmal zurück. Da wollte ich einmal drauf. Dankeschön. So, die große Kathedrale. Die Absprungfläche, genau. Ähm, ist hin. Zeig das. Erstmal ist halt keine Grülü. Sehr cool. Dann haben wir jetzt die Kathedrale vor uns. Naja, gut. Ein paar Kalonkugeln. Die wir aber grad nicht brauchen. Aber wahrscheinlich jetzt gleich. Aja. Und tschüss. So, heiliges Blut. Noch zwei Mal von uns entfernt. Wir müssen immer noch das Gebiet durchqueren. Ja. Und auch keine Spur vom heiligen Gral. Na sowas. Aber in der Architektur. Da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern. So. Dann jawoll. Ah, der wird leider voll. Danke dafür. Okay, ich wollte gerade selber speichern. Dann ist ja gut, dass du das abnimmst. Dann ist ja gut, dass du das abnimmst. Das ist glaubt. Der Bunker. Das ist schon immer wieder. Dann sind die Bunker. Dann könnte man nicht mehr sehen. Dann gehöre es einfach hin und nicht mehr auf dem Fall gewonnen. Das ist eine große Aufbau面. Und zwar in der Bunker. Die Bunker ist weiterhin die Bunker. Nein, du kriegst die Bunker. Aber läuft... Es regnet es auch noch. Ich glaube, ich bin aber einigermaßen sicher, denke ich. Mal finden. Wechseln wir mal gerade. Ich meine, das ist eigentlich auch super. Wir Yakennous... Es ist ge valt. So, läuft, 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 läuft. Also wären halt auch nicht weniger, hab ich den Eindruck. Wie viel sind sie eigentlich insgesamt? Hm. Ja, äh, tausend. Na gut, wir haben aber schon fast zwei, äh, drittel. Ziemlich genau sogar. Dann kann es ja so viel nicht mehr sein. Hm. Das waren dann wohl alle? Nein, da ist noch jemand, glaube ich. Was sagt denn mein Scharschützengewehr? Na gut, Folge ist vorbei. Ich bin mal gespannt, was noch alles erwartet. Ich bedanke auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Auf jeden Fall hat es Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.